Es ist egal, welchen Wagen Sie zu Hause stehen haben, welchen Wagen Sie fahren oder welchen Sie kaufen möchten. Auf der Welt erleben wir gerade die Automobilkrise. Wir erleben ein zu großes Angebot an Automobilbau auf der Welt und wir erleben, dass der Markt überschwemmt wird. Die Opfer werden die Beschäftigten sein, die Beschäftigten in den Werken selber und die Beschäftigten bei den Zulieferern. Und in Deutschland haben wir ein spezielles Problem, das heißt Opel. Eingebettet in den General Motors Konzern droht Opel in dieser Überkapazitätskrise über die Klinge zu springen. Man hat das Gefühl, dass die deutsche Bundesregierung zuwartet, dass der Freiherr von Guttenberg durch die Welt fliegt und erzählt, dass irgendein Finanzmarktstratege als Investor auftritt. Das wird uns nicht helfen. Wir fordern deshalb, dass die vier deutschen Bundesländer gemeinsam mit Spanien und Belgien die Werke kaufen, aus der Marke Opel die Firma Opel machen und entstehen lassen. Und was wir fordern, ist ein Schutzschirm für die Menschen. Wir wollen, dass die Menschen bei Opel beschäftigt bleiben und die Zulieferer weiterhin ihre Beschäftigungsverhältnisse aufrechterhalten können. Dann können wir die Krise meistern. Aber nicht, wenn Opel pleite geht.